Was tun bei ADHS im Erwachsenenalter? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Bin ich nur nervös oder ist das schon ADHS? Und was ist das überhaupt, diese Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung? Wie erkennt man sie? Was kann man dagegen tun? Und vor allem, was kann man tun, wenn man glaubt, es als Erwachsene zu haben? Das ist die Frage heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Daniel Schöttle. Er ist Chefarzt der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Asklepios-Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Schöttle. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir gerne, woran erkennen Sie denn ADHS an einem Erwachsenen? Da gibt es unterschiedliche Symptombereiche, die betroffen sind. Zum einen den Bereich der Konzentrationsstörung oder Unaufmerksamkeit. Und dann gibt es den Bereich Hyperaktivität, Impulsivität. Man unterscheidet zwischen entweder dem kombinierten Typ oder dem primär unkonzentrierten oder primär hyperaktiv-impulsiven Typ. Und bei Erwachsenen kann man das an dem erkennen, da gibt es auch diagnostische Verfahren, die einen dabei unterstützen, das zu erkennen, dass zum Beispiel Flüchtigkeitsfehler gemacht werden, die Aufmerksamkeit, also Probleme gibt, die Aufmerksamkeit dann über eine längere Zeit aufrecht zu erhalten, die Betroffenen Schwierigkeiten haben, sich zeitlich zu strukturieren, Aufgaben zu priorisieren. Und vieles wird angefangen, dann nicht zu Ende gebracht, wird ihnen nachgesagt, dass sie nicht zuhören, Dinge vergessen. Dazwischenreden auch. Dazwischenreden, genau, leicht ablenkbar sind. Und bei dem, das ist so der Bereich der Konzentrationsstörung und bei dem hyperaktiven und impulsiven Bereich, da ist es so, dass es schwierig ist, dann still zu sitzen in Situationen, in denen das erfordert ist, dass die Betroffenen sehr ungeduldig sind, teilweise rausplatzen, unterbrechen, rausplatzen mit den Antworten, andere unterbrechen und stören und sozusagen immer wie auf dem Sprung erscheinen mit einem hohen Energielevel, was dann teilweise auch als störend von den Betroffenen empfunden wird, dass sie sich wie so angetrieben auch fühlen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Also bei Kindern kann man sich das vorstellen, dass sie rumzappeln. Erwachsene haben ja doch meistens auch einen Acht-Stunden-Tag vor der Brust, wo es dann nicht mehr so einfach ist. Und was bleibt dann davon, von ADHS, wenn man das hat? Also um eine Diagnose auch stellen zu können, muss es natürlich zu einem gewissen Leiden oder zu einer gewissen Beeinträchtigung in mehreren Lebensbereichen dann auch führen. Nur wenn jemand ein bisschen nervös erscheint oder irgendwie Konzentrationsprobleme hat, heißt es nicht automatisch, jemand hat eine ADHS. Mittlerweile weiß man, dass ungefähr 40 bis 50 Prozent derjenigen, die in der Kindheit ADHS hatten, dann auch im Erwachsenenalter weiterhin die ADHS-Symptomatik in unterschiedlicher Ausprägung auch haben. Und im Unterschied zum Kindesalter ist es meist so, dass im Erwachsenenalter die Konzentrationsstörung zwar relativ gleich bleibt, die Unaufmerksamkeit, aber die von außen sichtbare Hyperaktivität und Impulsivität, dass die abnimmt beziehungsweise eher so internalisiert wird, dass die Betroffenen dann gelernt haben, teilweise auch mit dem besser umzugehen. Aber das ist die innere Unruhe, das innere Gefühl des Angetriebenseins, das bleibt weiterhin vorhanden, ist nur nicht mehr von außen so sichtbar. Wenn man jetzt die diagnostischen Kriterien anguckt, dass dann teilweise abgefragt wird bei Kindern, läuft über die Stühle und Tische im Unterricht, das haben viele Betroffene im Erwachsenenalter gelernt, dass sie da andere Kompensationsmechanismen haben, wo das Ganze nicht mehr so auffällt, beziehungsweise die Hyperaktivität nicht mehr so von außen sichtbar ist. Ja genau, es fällt nicht so auf. Dann frage ich mich, wie finden denn dann Erwachsene überhaupt zu einem Therapeuten, wenn es nicht auffällt? Kommen Sie wegen was anderem? Den Betroffenen fällt es meistens sehr auf und auch so den nahen Angehörigen fällt das sehr auf. Die Wege in die Klinik beziehungsweise in die Sprechstunden, das ist sehr unterschiedlich. Da ADHS einen hohen genetischen Anteil auch hat, kommen viele über die eigenen Kinder, bei denen zum Beispiel dann ADHS diagnostiziert ist, wo dann der Kinderarzt oder der Kindertherapeut dann sagt, ja stellen Sie sich doch auch mal vor, beziehungsweise wo die Betroffenen dann selber erkennen, okay ich bin genau so wie mein Kind und habe da ähnliche Probleme gehabt und komme dann zur Testung. Einige aber auch über das Internet, indem sie sich informieren über ADHS. Also das sind die Wege relativ unterschiedlich. Ja oder auch vielleicht über andere psychologische Probleme, die dadurch entstanden sind, dass man ja doch sich anders fühlt als die anderen sind. Kann das auch sein? Das Gefühl beschreiben viele und ADHS tatsächlich auch eine Erkrankung mit einer relativ hohen Rate von Komorbiditäten, also von Begleiterkrankungen, die auch relativ früh entstehen. Einhäufig zum Beispiel dann schädlicher Gebrauch oder Abhängigkeit von irgendwelchen Substanzen, Alkohol, Cannabis oder dann auch affektive Erkrankungen wie depressive Erkrankungen, die entstehen, Persönlichkeitsstörungen etc. Was dann teilweise sogar so ist, dass über die Begleiterkrankungen die Betroffenen erstmal in die Therapie kommen und dort fällt dann auf, dass da noch durchaus auch was anderes vorliegen kann. Ja genau. Sie haben eben schon angesprochen Genetik. Kann ich also was dafür, dass ich ADHS habe? Nee, dafür kann niemand was ADHS zu haben. Es ist so, dass man davon ausgeht, das weiß man aus der Zwillingsstudien auch und großen Kohortenstudien, dass der genetische Anteil sehr hoch ist. Also ADHS, wenn das zum Beispiel in der Familie vorkommt, dann hat man eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit als erstgradig Angehöriger, dann selber auch eine ADHS zu haben. Da ist die genetische Komponente schon vorhanden. Sehen wir auch in den Sprechstunden, dass wenn man dann fragt, gibt es andere Menschen in der Familie mit ADHS, das sehr häufig dann auch geantwortet wird, ja, zumindest besteht der Verdacht bei manchen. Welches Gen oder welche Gene dafür zuständig sind, das weiß man bisher noch nicht. Man kennt, es gibt große genetische Studien, wo es einzelne Hinweise bei bestimmten Genen auch gibt, die dann gerade auch regulierend für das Dopamin- und Noradrenalin-System sind, das da involviert ist. Das heißt also, es hat etwas zu tun mit der Reizverarbeitung, glaube ich, von außen nach innen. Mit der Reizverarbeitung auch und mit einer Disbalance im Botenstoffsystem des Gehirns, allen voran sind Dopamin- und Noradrenalin da vor allem in den frontalen Bereichen des Gehirns beteiligt, wo es zu einer unausgeglichenen Botenstofflage kommt, die dann zum Beispiel medikamentös auch ausgeglichen werden kann. Womit wir bei der Therapie sind, sofern man das überhaupt therapieren möchte? Also wenn man das Gefühl hat, man möchte als Patient, sind Sie der richtige Ansprechpartner, wie können Sie denn helfen? ADHS selber muss nicht unbedingt, also nur aus der Diagnose selber leitet sich noch keine Therapienotwendigkeit ab. Bei manchen Menschen ist es tatsächlich so, dass ich das dann sehr empfehle, auch eine medikamentöse Behandlung, gerade wenn es zu Einschränkungen kommt oder schon zu erheblichen Auffälligkeiten oder dann auch Probleme in verschiedenen Lebensbereichen. Und wenn dann eine Therapie vorgeschlagen wird, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann medikamentöse Therapie sein, die sehr effektiv ist, kann Psychotherapie sein, was auch sinnvoll ist, gerade bei den Begleiterkrankungen, die häufig vorkommen, aber auch so etwas wie ADHS-Coaching, Sport zu machen, Ergotherapie, Hilfe bei der Alltagsstrukturierung, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ah, das heißt, man kann ja auch für sich so eine Selbsttherapie finden, die Energie abzuleiten, sozusagen, die man zu viel im Körper hat, indem man zum Beispiel viel Sport macht? Zum Beispiel Sport, Ausdauersport vor allem ist sehr hilfreich, nicht bei allen Menschen mit ADHS, aber bei vielen ist das sehr hilfreich. Es hilft auch, sich erstmal über ADHS zu informieren, Bücher darüber zu lesen, Selbsthilfegruppen vielleicht zu besuchen, um das auch besser kennenzulernen. Und was da auch nochmal wichtig ist, dass für manche Menschen das schon ein sehr gutes Erklärungsmodell sein kann, warum ihr Leben anders verlief, wie bei anderen Menschen. Ja, und vielleicht ja auch auf eine ganz andere Art und Weise auch gut. Also wir sprechen ja nun über eine Therapie und Therapie impliziert ja häufig, dass man etwas verändern muss. Muss man das eigentlich tatsächlich? Oder ist das auch eine Chance, ADHS? Absolut, ADHS geht auch mit einigen Stärken ein. Er ist so beides. ADHS kann dazu führen, dass man im sozialen, beruflichen Bereich und so weiter große Probleme hat, nicht so vorankommt, wie man sich das selber auch wünscht. Und auf der anderen Seite, wenn man so die richtige Nische gefunden hat, kann ADHS mit sehr vielen Stärken einhergehen. Eine große Motivationsbereitschaft, andere auch zu motivieren, einem hohen Energielevel, eine Begeisterungsfähigkeit, eine Kreativität, um jetzt nur einige zu nennen, was viele ADHS-Betroffene dann auch auszeichnet und die das sehr erfolgreich, wenn sie die richtige Nische gefunden haben, dann auch einsetzen können. Und wenn man dann, also nochmal Therapie, wenn man dann doch das Gefühl hat, man muss ein bisschen runter mit sich oder man muss bremsen oder es kann nicht so weitergehen. Sie haben jetzt schon Verhaltenstherapie angesprochen. Ich habe richtig verstanden, heilen kann man es ja sowieso nicht. Man kann, glaube ich, nur mit den Symptomen umgehen. Tendenziell wird ADHS im Laufe des Lebens besser und viele Erwachsene haben dann auch so Kompensationsstrategien erlernt, wie sie mit dem, was sie da erfahren, auch besser umgehen können. Die effektivste Therapie bei ADHS ist tatsächlich die medikamentöse Therapie. Die GT? Und die ist unterschiedlich. Medikationen gibt es Stimulantien und Nichtstimulantien, die eingesetzt werden können. Unter den Stimulantien gibt es zum Beispiel Methylphenidat oder Amphetaminpräparate. Die werden da meist in so einer retardierten, also langsam freisetzten Variante eingesetzt und sind hocheffektiv, gerade in der Behandlung, wirken auch schon relativ schnell in den ersten Tagen der Behandlung oder Wochen. Und da gibt es noch Non-Stimulantien, also nicht betäubungsmittelpflichtige Medikamente, wie zum Beispiel das Atomoxitin, was auf das Noradrenergesystem dann auch abzielt. Das ist ein Medikament, was ein bisschen länger braucht, bis es wirkt, aber auch eingesetzt werden kann zur Behandlung der ADHS. Also gerade wenn man über ADHS bei Minderjährigen spricht, also wo die Eltern noch ein großes Wort mitzureden haben, da stehen ja Medikamente häufig auch sehr am Pranger, also Thema Ritalin zum Beispiel, wo man sagt, das hat so starke Nebenwirkungen, die ja dann auch beim Erwachsenen vermutlich noch auftauchen können. Was ist davon zu halten, von Nebenwirkungen? Kann man das beherrschen und trotzdem die Vorteile des Medikaments nutzen? Ja, wichtig ist natürlich, dass der Patient oder die Patientin vorher über die Nebenwirkungen, die möglicherweise kommen, aufgeklärt ist. Und dann im Erwachsenenalter hat man den Vorteil, kannst du den Patienten, Patientin vorschlagen, eine Medikation dann einzunehmen. Sie können das dann auch probieren. Dann fängt man einfach niedrig dosiert an und tastet sich von der unteren Dosis langsam an die Dosis, die effektiv oder als effektiv empfunden wird, dann heran. Und insgesamt ist so meine Erfahrung, klinische Erfahrung, dass es von den allermeisten Menschen sehr gut vertragen wird, also die Stimulantien. Mit welchen Nebenwirkungen müsste ich denn theoretisch rechnen? Das kann sein, dass sie sich ungewohnt gereizt empfinden. Manche kriegen so ein bisschen Magen-Darm-Probleme oder fühlen sich innerlich aufgekratzt. Ein erhöhter Puls, erhöhter Blutdruck wäre auch eine Nebenwirkung, was allerdings in einem meist eher geringen Maße auch auftritt. Wichtig ist halt da, dass man, wie gesagt, mit einer niedrigen Dosierung anfängt, auch die Schritte zur Aufdosierung nicht so groß wählt und regelmäßig das Ganze auch monitort. Und Sie sagten vorhin, das wirkt relativ schnell. Redet man da von Stunden? Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Es gibt Menschen im Erwachsenenalter, die auf relativ kleine Dosierungen schon sehr gut ansprechen. Andere wiederum, gerade wenn zum Beispiel Substanzkonsum eine große Rolle spielt, brauchen eher höhere Dosierungen. Da braucht man dann ein paar Wochen, bis die richtige Dosierung erreicht ist. Aber meistens ist es so, dass schon in den ersten Tagen, in den ersten zwei Wochen schon ein Effekt zu sehen ist, dass die Betroffenen dann berichten, da sind deutlich Besserungen in der Konzentrationsfähigkeit oder auch so von der inneren Ruhe her, von der inneren Strukturierung dann auch erleben. Ja, und wenn man sich doch für eine Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie entscheiden würde, wie lange hätte ich denn damit zu tun, um einen Effekt zu merken? Meistens, Verhaltenstherapie wirkt meistens, beziehungsweise eine Psychotherapie im Vergleich mit der Medikation deutlich geringer auf die ADS-Symptomatik. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch da die Betroffenen zu begleiten, weil wie gesagt viele auch Begleiterkrankungen dann auch haben. Und was fast alle auch berichten, das ist eine Selbstwertproblematik, dass sie schon als Kind irgendwie gehört haben, du kannst das nicht, du bist irgendwie zu faul, du hast es irgendwie nicht drauf und glauben das dann irgendwann mal. Und dann entwickelt sich so eine relativ früh beginnende auch Selbstwertproblematik. Insofern kann da eine Therapie auch sehr hilfreich sein. Hilfreich auch, um die eigenen, nicht nur die Schwächen besser, mit denen besser umgehen zu können, sondern überhaupt erstmal die eigenen Stärken auch erkennen, ausbauen zu können. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ihnen vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!